Hier ist es, About You. Ja, ich, mein ganzes Team, wir hoffen einfach, dass dieses Pferd ein ganz tolles Zuhause bekommt. Die Auktion selber ist ja erstmal, kann man nicht anders sagen, gewaltig gelaufen. About You überstrahlt natürlich alles, da konnte ja auch vorher keiner mit rechnen, dass das so läuft und so viele Leute bereit sind, so viel Geld auszugeben für ein vierjähriges Pferd, ist gewaltig. Und eine Million 650.000. Eins, zwei und eine Million 650.000 zum aller, aller, aller Letzten. Herzlichen Glückwunsch. Es macht immer wieder Spaß und Freude, wenn man sieht, was daraus wird nachher, was man geschaffen hat. Also der ist ja ein perfektes Pferd. Erstmal beim Reiten alles perfekt, Schritt, Trab, Galopp, Rittigkeit, Temperament. Er wollte immer mitmachen, perfekten Körperbau. Und das Gleiche ist auch, wenn man ihn auf der Stallgasse hat, wenn man ihn in der Box hat, in der Besammelstation. Er passt immer auf einen auf. Er ist nie irgendwie dominant. Er ist immer vorsichtig. Ganz einfach. Also wir haben dann auch beim Fertigmachen stehen die Hengste bei uns auch neben den Stuten auf der Stallgasse. Da wird keiner angebunden und das geht einfach so. Man hängt da ja schon dran. Ich habe ihn ja auch selber weggebracht. Das wollten die Besitzer auch gerne, dass ich komme. Und ich würde mir wünschen, dass er erstmal lange gesund bleibt. Dass er ein schönes Leben hat, dass er Reiter hat, was ich aber auch glaube, die sehr gefühlvoll sind und ihn in Ruhe ausbilden. Und dann wäre natürlich schön, wenn er nachher auch irgendwann mal vielleicht Olympiade geht oder so. Viele About You Fallen sehen auch genauso aus wie er. Und das macht einfach Spaß, wenn man die sieht und wenn die auf einen zukommen. Die gucken einen an und sind freundlich und da verspreche ich mir sehr viel von.